Guck mal, was die Mama macht. Sie haben lecker, lecker, lecker. Ja, geh mal zur Mama, guck mal nach. Macht ihr den Köder an die Angel dran? Ja. Guck mal nach. Und fischt die gleichen Fisch. Geh hin, Herreges. Herreges, komm her. Guck mal, Mama hat einen Fisch gefangen. Ja, willst du ihn sehen? Zeig mir mal. Nein, Herreges hat keine Lust, die Fische zu sehen. Good job, Mami. Good job, Ariadne. Good job. Good job, Mami. Ja. Herreges, sag mal good job, Mami. Good job. Herreges, guck mal. Guck mal, wie viele Fische kannst du die zählen? Wie viele Fische haben wir gefangen? ganz viele ganz viele ganz viele kannst du gar nicht so viel zählen wie wir gefangen haben hast du auch ein fisch gefangen erikos wie viele hast du gefangen zeigst du es mir nur einen wie viele hat mama gefangen ganz viele okay und wie viele hat papa gefangen eine Guck mal, kletter mal hoch. Jetzt kannst du sehen, wie viele Fische da sind. Kannst du es zählen? Jetzt bewegen die sich nicht mehr. Wie viele sind es? So viele Fische hast du gefangen, Erekes. Dann kommt gleich der Fisch da rein. So viele 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 Fisch da rein. Woする die Fisch da rein. So viele Fisch da rein. Wo sind sie? графik. Halt die魚 Halt die魚 Halt die Halt die da, nicht mehr zu laufen Halt die Halt die Halt die sie Mal sehen, wie viele Halt die Halt die Halt die Halt die Es ist so ein bisschen da, aber Geh da hin! Geh da hin! Ja? Ist das nicht? Möi, 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 Möi! High five! High five, Möi, High five! High five! Fisch, Fisch, Fisch! Fisch, Fisch! Ergis, was essen wir gleich? Fisch! Kannst du es mir zeigen? Wo ist der Fisch? Ist der auf dem Grill? Ja, geh mal hin, zeig mir mal, was ist das alles? Guck mal und... Ist das Mais? Squash! Ja, Squash und? Oh! Ist das gut? Ja! Magst du das? Ja!